Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah Ta'ala sagt im Koran Doch war die Antwort seines Volkes keine geringere, als dass sie sagten Vertreibt die Familie von Lut aus eurer Stadt, denn sie sind Leute, die sich reinigen wollen. Das war die Antwort des Volkes von Lut a.s., dem Prophet Lut, als der sich und seine Familie vor der Homosexualität schützen wollten. Und genau diese Antwort hat auch der Fußballstar Mohamed Aboudreka von den westlichen Medien bekommen, als er in der Öffentlichkeit sich gegen die Werbung von der LGBTQ-Bewegung im Fußball ausgesprochen hat. Kurz zur Story. Viele von euch wissen sicherlich nicht, wer Mohamed Aboudreka ist und was es mit dieser Geschichte auf sich hat. Mohamed Aboudreka ist ein Ex-Fußballstar aus Ägypten, der damals beim Verein Al-Ahle gespielt hat. Mittlerweile ist Mohamed Aboudreka nur noch Kommentator, also Sportkommentator. Er kommentiert Fußballspiele beim Sportsender Be in Sports. Mohamed Aboudreka genießt sowohl in Ägypten als auch in der ganzen arabischen Welt sehr viel Beliebtheit. Also ein sehr beliebter Mensch in der arabischen Welt. Vor allem auch, weil er immer wieder Stellung bezogen hat zu unterschiedlichen politischen Themen. In dieser besagten Sendung, wo er auch ein Spiel kommentiert hatte, berichtet er selber folgendes, dass er vor kurzem ein Spiel geguckt hat, ein Fußballspiel mit seiner Tochter und sie ihn daraufhin gefragt hat, was es denn auf sich hat mit diesen Schnurrsenkeln, die einige Spiele anhaben, die in den Regenbogenfarben gestaltet sind. Das hat Mohamed Aboudreka zum Anlass genommen, um dort in der Sendung einen kurzen Cut zu machen und sein Statement zu formulieren. Er hat nämlich gesagt, dass es vonnöten ist, dass die Muslime und vor allem auch die Fußballstars hier klare Kante zeigen. Dass sie sich bekennen zum Islam und dass wir ganz klar formulieren, dass wir dagegen sind, wenn in der islamischen Welt über den Fußball Sport für Homosexualität gemacht wird. Und er hat sich dafür ausgesprochen, dass bei der Weltmeisterschaft in Katar 2022 dieses Phänomen verboten wird. Mohamed Aboudreka Es gibt die Wahrheit, die wir nicht anwaltigen. Wir haben nicht anwaltigen. Das ist die größere Worte, die in der Geschichte vorzunehmen. Die Menschen haben die Menschen in den Wurzeln gelegt. Wir haben sie in den Wurzeln gelegt. Wir haben sie in den Wurzeln gelegt. Wir sagen, die die Zahre-Din nicht mehr zu sagen. Sie sagen, sie haben sie nicht. Nein, sie wird es verletzt. Die Zahre wird es verletzt. Sie müssen sich über die Zahre-Din in den Premier League zu verletzten. Was passiert hier in den letzten Jahren? Aber die Riazität, gib mir an, dass du dich entkommst. Die Riazität und die Riazität, die Riazität, die alle Kinder entkommst. Dann gib mir der Vater, der Vater, der Vater, der Herr und der Herr, der Herr und der Dr. Tarik, das ist die Wahrheit, die nicht nach dem Islam, und die Füter und die Dinnung und die Allgemeine, die sich entwerfen und die Verlösen, gib mir an, das gib mir an. Daraufhin hat es dann von westlicher Seite, vor allem von den westlichen Medien, einen riesen Shitstorm gegeben über Mohammed Abou Trika. Wie kann es sein, dass Mohammed Abou Trika öffentlich im Fernsehen so eine homophobe Aussage trifft? Wie kann es sein, dass der Sportsender Bein Sports ihn überhaupt noch als Kommentator zulässt? Schmeißt ihn raus, im übertragenen Sinne, aus eurem Sender. Er ist jemand, der sich reinigen möchte. Und zu diesem Ereignis möchte ich jetzt, Inshallah Ta'ala, kurz Stellung beziehen. Mir ist bewusst, dass man auf sehr viele Punkte eingehen könnte. Man könnte über, allein schon die Tatsache sprechen, dass der Fußball für diese Agenda instrumentalisiert wird und dass diese LGBTQ-Bewegung den Fußball, weil er so populär ist, dermaßen ausnutzt für ihre Agenda. Man könnte auch auf die Doppelmoral der westlichen Medien eingehen. Aber ich möchte, Inshallah Ta'ala, kurz auf zwei Dinge fokussieren. Der erste Punkt ist der, dass wir Muslime uns bewusst sein müssen, wie weit es mit diesem Thema eigentlich gekommen ist und wie sehr uns das mittlerweile auch betrifft. Früher war es so, und das ist auch die Zeit, in der ich auch noch gelebt habe, also ich selbst kann mich noch daran erinnern, dass dieses Thema vorhanden war. Also man wusste, es gibt Leute, die sind homosexuell, sie leben das aus, sie haben ihre Community oder ihre Szene halt, ihre bestimmten Bars, ihre Clubs und so weiter. Und man hat das am Rand mitbekommen. Aber es hat uns nicht wirklich interessiert, weil es uns auch nicht betroffen hat. In den letzten 15, 20 Jahren ist dieses Thema der Homosexualität aber immer normaler geworden. Es ist auch immer aufdringlicher geworden. Es hat sich normalisiert im Sinne dessen, dass immer mehr Leute sich dazu bekannt haben und dass es in der Gesellschaft auch normaler war, dass man homosexuell ist. Früher, ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo sehr viele von den Kofat auch gesagt haben, dass das etwas Abscheuliches ist, dass das verboten gehört, dass das eklig ist. Manche Leute haben sich darüber lustig gemacht. Aber wie gesagt, in den letzten 15, 20 Jahren ist das immer normaler geworden. Aber auch da haben wir dann immer gesagt, also als Muslime, das war auch mein Empfinden, okay, das sind aber im Endeffekt Kuffar, die ihren Lebensstil haben, das wissen wir, die Dinge tun, die mit dem Islam nicht konform sind. Solange es uns nicht betrifft, was sollen wir tun? Sollen sie das tun? Und das ist natürlich Munkar, das ist Haram und wenn es eine Gelegenheit gibt, dann sagen wir den Leuten das auch und laden sie natürlich auch zum Islam ein. Aber es war nicht so vordergründig. Mittlerweile ist es aber so, dass das Fass übergekocht ist. Also diese Art und Weise, diese penetrante Art und Weise, wie mittlerweile alle Menschen und vor allem auch uns Muslimen dieses Thema aufgedrückt wird, ist jetzt Anlass, um Stellung zu beziehen, um auch klare Kante zu zeigen. Mittlerweile ist es sogar so weit gekommen, dass dieses Thema nicht nur mehr die Kuffar betrifft und dass es unter ihnen praktiziert wird und dass es unter ihnen akzeptiert wird und anerkannt wird. Mittlerweile ist es so weit gekommen, dass man uns Muslime die Akzeptanz dieser abscheulichen Tat, der Homosexualität, aufdringen möchte. Und nicht nur, dass man uns Muslimen, die wir im Westen leben, die Akzeptanz dieses Themas aufdringen möchte. Nein, man möchte auch den Muslimen in der islamischen Welt anhand des Fußballs und auch anderer Mittel dieses Thema und die Akzeptanz dieses Thema aufdrängen. Und hier müssen wir Muslime ganz klar Kante zeigen und sagen, nein. Auch wenn alle Umam, auch wenn alle Nationen, alle Gemeinschaften, alle Religionen bei diesem Thema, dieses ultraliberale Thema nachgeben und einknicken, sind wir Muslime jene, die standhaft bleiben und sagen, nein, Allah Ta'ala hat im Koran das als Haram erklärt. Er hat es als abscheulich erklärt und er hat das Volk, das das getan hat im Koran auch, wie er berichtet, bestraft. Ich sage das ganz bewusst, liebe Muslime, weil es mittlerweile auch die Tendenz gibt, dass Muslime glauben, dass dieses Thema nicht so eindeutig im Koran und in der Sunda besprochen wurde. Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor kurzem erst einen Artikel gelesen habe, der wurde vor drei Jahren oder so geschrieben, dort wurde ein Imam aus einer Berliner Moschee, einer Moschee, in der ich selber auch bete, befragt zum Thema Homosexualität. Und der Imam hat dort leider gesagt, dass das Thema der Homosexualität im Islam oder in der islamischen Kultur noch nicht abschließend geklärt wurde, weil er dem Druck nicht standhalten konnte, was dieses Thema anbelangt. Aber hier ist die Gefahr, dass in fünf oder zehn Jahren vielleicht die Muslime, die hier im Westen leben, glauben, dass das Thema der Homosexualität ein relatives Thema ist. Und deswegen müssen wir hier ganz klar Stellung beziehen und formulieren. Homosexualität ist im Islam ganz eindeutig. Also kaum ein Thema ist im Islam so eindeutig behandelt worden wie Homosexualität. Und das ist ganz eindeutig haram. Homosexualität ist im Islam und im Koran als abscheulich beschrieben worden. Und Allah beschreibt im Koran, dass er das Volk, nämlich das Volk von Lut a.s., dass das Praktizierte bestraft hat, dass er dieses Volk niedergehen ließ. Und genau so in dieser Deutlichkeit müssen wir als muslimische Community das auch formulieren. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir als muslimische Ummah unserer Aufgabe, die uns Allah im Koran gegeben hat, nicht gerecht. Er sagt, Und so haben wir euch zur Gemeinschaft der Mitte, sinngemäß zur besten Gemeinschaft gemacht, auf das ihr Zeugen über die Menschheit sein möget. Und der Prophet, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, über euch Zeuge wird. Das heißt, die Aufgabe von Ummah Muhammad, von uns als Nachkommen und als Anhänger von Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, ist es, Zeugen über die Menschheit zu sein. Und wie sollen wir dieser Aufgabe gerecht werden, wenn wir beim Thema Homosexualität nicht ganz klar Kante zeigen und sagen, das ist haram. Das macht die Gesellschaft kaputt. Das macht die Familien kaputt. So kann eine Gesellschaft und eine Familie nicht existieren. Wenn wir das der Menschheit nicht sagen, dann sind wir keine Schuhada. Dann sind wir nicht Zeugen über die Menschheit. Dass wir die Botschaft allahu alaihi wa sallam, wie der Prophet Zeuge über uns ist und die Botschaft allahu alaihi wa sallam verkündet hat. Er hat seine Aufgabe getan. Er ist im höchsten Paradies. Er ist der Gesandte allahu alaihi wa sallam. Und wenn wir sein Anhänger sein wollen und ihn vertreten, die Botschaft allahu alaihi wa sallam verkünden und somit Zeugen werden, Zeugen allahu alaihi wa sallam werden wollen, dann müssen wir das ganz eindeutig sagen. Und mir ist bewusst, dass das vielleicht Ärger geben wird und dass es auch Opfer kostet, dass ich das hier so klar formuliere. Aber im Endeffekt ist es der Islam und es ist die Botschaft allahu alaihi wa sallam, mit der wir nicht verhandeln können. Und wir sollen auch wissen, dass wir unsere Familien davor schützen möchten. Keiner von uns soll glauben, dass auch unsere Familien, nur weil wir Muslime sind, davor geschützt sind. Diese Leute haben eine Agenda, alle Haushalte zu erreichen, alle Menschen zu erreichen. Und sie formulieren es auch ganz klar. Der zweite Punkt, oder auch die zweite Message, richtet sich an jene Muslime, die Einfluss haben. Mohammed Aboudarika, barakallahu fi, er ist ja selbst kein Politiker, Da'i, Scheech oder Aalem oder sonst was. Auch kein Influencer. Mohammed Aboudarika ist ja ursprünglich Fußballer. Aber er hat seine Verantwortung hier erkannt. Er hat nämlich gesagt, wie er selber formuliert auch, wir müssen als Muslime dem Diener, Allah ta'ala, gerecht werden. Und wir müssen unsere Position, in die uns Allah ta'ala gebracht hat, wir müssen ihr auch gerecht werden. Das heißt, Allah ta'ala hat uns etwas gegeben und wir müssen das für den Islam zurückgeben. Und deswegen ist der Appell an alle Muslime, die Einfluss haben. Ich meine, man sieht das ja auch in der Geschichte. Man sieht das an beispielsweise Mohammed Ali, dem Boxster. An Masoud Özil, hier in Deutschland. Jetzt auch an Mohammed Aboudarika. Dass diese Leute Einfluss haben. Und dass diese Leute vielleicht viel mehr Einfluss haben, auch als ein Da'ia, als jemand, der im Internet speziell auch diese Themen aufgreift. Und deswegen soll sich jeder seiner Aufgabe bewusst sein und wissen, dass er in seiner Position, auch wenn er das nicht hauptsächlich tut, oder das sein Spezialgebiet ist, dass er hier für den Islam eintreten kann. Und dass er dadurch, wie Mohammed Aboudarika, sehr viel für den Islam leisten kann. Auch wenn er dadurch die Missgunst und den Groll der Menschen auf sich zieht. Er soll aber wissen, dass in erster Linie Allah ta'ala auf seiner Seite ist und dass auch die islamische Ummah auf seiner Seite ist. Und schaut euch einmal an, wie die muslimischen Völker und die muslimischen Gesellschaften und in den unterschiedlichen Ländern sich zu Mohammed Aboudarika bekannt haben. Ja, diese Videos haben sich sehr schnell verbreitet in der islamischen Welt, wie den Fußballstadien bei der Minute 22, weil er der Fußballer 22 war oder weil er die Nummer 22 hatte, dass sie dort immer geschrien haben, Allahu Akbar, Mohammed Aboudarika. Und guckt euch einmal die Trends an, also die Hashtag-Trends im Internet. In vielen islamischen Ländern ist Mohammed Aboudarika und Kullunah, also der Hashtag Kullunah, Mohammed Aboudarika, wir alle sind Aboudarika in den Top Ten oder in den Top Five oder sogar teilweise auf den ersten Platz. Wie gesagt, ich wollte in diesem Thema das kurz kommentieren und auch aus Deutschland sozusagen hier entsenden, dass wir stolz darauf sind, dass wir Fußballer haben, dass wir Stars haben, die sich klar zum Islam bekennen, wie Mohammed Aboudarika. Barakallahu feikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Das war's, das war's, das war's, das war's.